Was sind die Gastarbeiter, Kinder, sind hier geboren, haben aber Bezug in eine andere Welt, also in eine andere Heimat. Denken, fühlen, reden Deutsch, vertreten Deutschland auf der internationalen Bühne im Sportgeschäft. Die Leute, die vor 40, 50 Jahren hierher gekommen sind zum Arbeiten, die hier Kinder gekriegt haben, wie meine Wenigkeit, die hier aufgewachsen sind, haben es verdient, hier auch wählen gehen zu dürfen. Ich verstehe nicht, warum türkische oder jugoslawische Väter nicht an der Kommunalwahl teilnehmen können. Und ich verstehe auch nicht, warum ich nicht Deutscher sein soll oder Mesut Özil. Der Titel 2014 wäre ohne uns Gastarbeiterkinder nicht möglich gewesen, sei es auf dem Platz oder auf der Tribüne.